Cause I believe we can stop now Yeah! Vs2? Oh Gott, es gibt mehrere Teile. Raphael, nimm das Radicum mir aus der Nase, bevor dir Simon wieder drauf... Frau Innsbirger! Hey! Alter, hängt dir die geplatzten Kondome jetzt hier rum und ich sitz im Klassenzimmer und warte auf euch, oder was? Los, quetscht euch rein! Ah, wir dürfen nicht bei alten Leuten ins Auto steigen, da hängt was ans schwarzem Brett. Und so! Wie haben Sie den jetzt gefunden mit dem Handy? Ich hab den gechippt. Ist Ihre auch weg? Hat mehrere. Chippen oder kastrieren. Alles andere bringt nix. Wir haben jetzt vier Wochen, um die neuen Auflagen zu erfüllen, ansonsten wird die GGS zum Ende des Jahres geschlossen. Haben wir dann bezahlten Urlaub? Eckart will ein Anti-Mobbing-Seminar, das viral geht und so ein Hashtag-Quark. Ich hab schon vor zwei Monaten gesagt, dass ich gemobbt werde. Ingrid, die Schüler mobben sich. Jetzt mach! Spring endlich! I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Das Beste kommt erst noch. Ein Leistungstest für die gesamte Elf. Ob sie abitur geeignet sind. Ach auf einmal ist es gar nicht mehr sicher, oder was? Und sie haben uns das versprochen. Wir müssen doch gar nicht mehr kommen, wenn ihr alles für ein Arsch ist. Weißt du, kannst allen Kindern hier Flusen in den Kopf setzen, dass sie Abitur schaffen? Wir alle wissen, dass sie zu dumm ist. Sie will nicht, dass ich zur Schule gehe. Sie sagt, dass es bei mir umsonst ist. Ja. Wenn sich zu Hause keiner an einen glaubt und dann in der Schule auch nicht. Irgendwie fühlt es sich manchmal so an, als ob jemand die Tür für die Zukunft zuhält. Shanti, du geile Sau! Wenn jemand die Tür zu deiner Zukunft zuhält, dann tritt sie halt kaputt, Chantal. Wenn wir zusammen ein bisschen Gas geben und ihr für diesen scheiß Leistungstest lernt, dann verliere ich nicht meinen Job und die GGS wird nicht eingestampft. Seid ihr dabei? Ja! So viele Buchstaben. Und Wörter. Du musst geimpft werden, damit ihr keine Hirnhautentzündung und eine geistige Behinderung bekommt. Ja, Chantal, da fragst du dich zurecht. Ist es dafür nicht zu spät? Au. Das ist ein Ding zum Tipp von Hunden! Nein, du musst mir jetzt ein Fell wächst. Nein, oh, das geht nicht. Das ist zu viel Speichel. Also, wenn wir nirgendwie Sex haben können, dann müssen wir das Schluss machen. Wie du das gesagt hast mit dem Text. Hier, die neue Goethe-Statue. Seit wann raucht Goethe denn? Der Kopf von Che Guevara war 2000 Euro billiger.